Also, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott zu unserer vollen Parade. Heuer stehen Sie unter dem Motto, auf den Spuren des Weckl-Trippels in die Zukunft. Sie werden sehen, welche deutlichen und positiven Spuren unser Drittel aus Lutera, Mancon und Manino in der Fleckbezucht hinterlassen hat, mittlerweile die Gegenwart und fürchtlich auch die Zukunft entscheidend prägen wird. Wir würden jetzt gleich in die Ideas Ries gehen und mit der Besprechung der ersten Grünen beginnen.